So, wir haben als Nächsten. Wer bist du? Ja, ich bin Peter und ich bin von der U-Mod. Und so wie es aussieht, wollen Sie uns also auch verbieten. Ganz kurz, die U-Mod ist... Die UNAT hängen hier im Montagsdemo und wir sind jeden Montag um 18 Uhr am Alexanderplatz und zwar vor der Komma-Zwang. Und ich bin der Meinung, man erzählt uns ja immer, das wäre nicht machbar. Da bin ich allerdings anderer Ansicht. Ich bin der Meinung, solange wie wir uns die so genannten Friedensmissionen erlauben, solange wie wir jedes Jahr die Banken retten, ob wir wollen oder nicht, Ich bin dafür, dass die Banken pleite gehen. Ich habe gerade heute gelesen, dass die Banken nur 3% Eigenkapital haben. Wir sind also... Auch die Deutsche Bank hat nur 3% Eigenkapital. Das heißt, sie wird mit ungeheuren Mitteln und zwar Steuermitteln am Leben erhalten. Und es kann ja wohl nicht sein, dass für die Bankenrettung jedes Jahr Geld da ist, dass für Bundeswehreinsätze überall in der Welt und für Riesenrüstungen und Riesenmanager-Gehältern Geld da ist. Und für uns ist kein Geld da. Dafür ist es eben also auch ein Milli-Rentner, gehöre zu der Masse. Es soll ja jeder Zweite sein, jeder Zweite Rentner, der unter 700 Euro Einkommen hat und davon die Mieter bezahlen soll und alles. Und deshalb, wenn wir uns alle diese Sachen einsparen, dann sollte es wohl auch möglich sein, allen Menschen, allen Menschenmöglichen Leben zu bieten. Und dazu brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen.